Passenderweise wird das in einem Sarg geliefert. Und das ist die Hot Chip Challenge. Im Prinzip ist das nur ein Tortilla Chip, was da drin ist. Und ja, das Ding ist halt vollgestopft mit Gewürzen von den zwei schärfsten Chilis der Welt. Das Ding ist halt so hardcore, dass es mittlerweile auch gar nicht mehr so offiziell verkauft werden darf in Deutschland. Ich gebe euch jetzt hier die volle Experience auf, ja. So sieht das innen drin aus. Sie fragen mich nach meinem letzten Wunsch und fragen mich, ob ich es drauf habe. Moment, da ist ein Schreibfehler. What the... Seht ihr das? Glaubst du... Glaubst du, dass du es drauf hast? Was ist das denn? Ich glaube, ich glaube fest daran, Mann. Überrascht bin ich nicht, das Ganze ist aus Tschechien. Also vielleicht hatten die da nicht so die Übersetzungs-Quality-Control. Es kann sein. Was wäre mein letzter Wunsch? Mein letzter Wunsch ist, dass Tingyun wieder lebt in der Honkai Star Rail Story. Ich will, dass sie als Fünf-Star wiederbelebt wird. Oh, hier, ASMR. Ja, hier, willkommen bei der Musterung. Ich mach mal hier so... Guckt euch mal bitte an, wie viel Gewürz da drauf ist. Willst du mich verkackeiern eigentlich? Das Ding ist komplett voll. Hi Leute, ich bin DurealTV und das hier ist die Hot Chip Challenge. Ich bin DurealTV und das hier ist die Hot Chip Challenge. Ich bin DurealTV und das hier ist die Hot Chip Challenge. Alles cool. Ey, aber der war echt lecker, ohne Scheiß. Fuckin' Pain, aber der war lecker. Wuh! Noch nicht vorbei. Noch nicht vorbei. Meine Beine sind am Zittern. Wegen der Schärfe. Wegen der Schärfe. Once more, you eat the hot chip and it hurts so fucking, so fucking bad in your mouth. Da bis zum Horizont, immer weiter bleiben, niemals stehen, denn alle Grenzen kannst du überwinden. Das Feuer brennt in dir und du kannst dein Ziel schon sehen, denn du fühlst grenzenlos. Du kannst die Antwort finden. Es kommt der Tag, an dem du siehst, wie die ganze Erde unter dir zerbringt. Du hast Mut und du spürst, dass dein Weg dich nur in eine Richtung führt, bis an das Licht. Das Feuer in deinen Augen ist das Signal, das du gewinnt. Und deine Kraft wird explodiert, wenn der Kampf beginnt. Du wirst weiter bis an die Grenzen gehen und schon bald kommt der Moment. Du wirst gleich bereit, weil in dir das Feuer brennt. Das ist das Abenteuer, das Freunde niemals trennt. Das Feuer brennt, denn wir fühlen das Feuer, das immer in uns brennt. Ich weine krass, doch das ist voll okay. Ich brauche Schnee, ich brauche Schnee. Ich brauche Schnee. Schmitze tue ich gar nicht witzigerweise. Es sind nur, es sind nur Tränen, Tränen und, äh, und Rotze. Wuhu. Wow. Wow. Also die Schärfe hat jetzt nachgelassen im Mund. Ich merke jetzt aber, wie es halt langsam im Magen, wie der Magen probiert, damit umzugehen. Training für Junction Ifrit und Ihnen. Wir haben nur die Hotschip-Challenge gemacht. 2.2 Millionen Skuvil. Meine Limite haben gebrochen. Ja. Ich, ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe erwartet, es ist schlimmer. Und ich, ich pretend jetzt nicht, ne? Ich pretend jetzt nicht, sondern wirklich, ich dachte, es wäre schlimmer. Aber ich gehe davon aus, dass ich halt wirklich einfach nur, äh, an sowas gewöhnt bin. Ich habe halt, wie gesagt, schon sehr, sehr scharfe Sachen gegessen. Ähm, dementsprechend ist die Erfahrung auch, also ich, ich kenne das halt. Und das, das war natürlich jetzt krasser als alles davor. Aber es war trotzdem etwas, das, das ich kenne. If that makes sense. Weil ich bin so ein Typ, ich fordere mich gerne heraus. Ja, weiß ich. Also danach fühle ich mich immer so, als wäre das so ein ultimativer Boost an Selbstvertrauen einfach. Weil du dir einfach sagen kannst, du hast irgendwas gemacht, was halt nicht jeder könnte. Und ich stehe auf dieses Gefühl. Mir ist im Prinzip, ist mir ziemlich egal, was andere Leute über mich denken. Aber ich bin selbst sehr selbstkritisch. Und wenn ich mich halt immer wieder herausfordere und diese Herausforderungen meistere, dann fühle ich mich gut dabei. Dann fühle ich mich gut in meiner eigenen Haut. und denke mir so, jo, du kannst was. Und genau so geht es mir auch gerade. Weil ich jetzt wirklich das Gefühl habe, alter, dieser Hotchip, also manche kommen damit gar nicht klar und schreien dann rum wie wild und haben wirklich die übelsten Schmerzen. Ich glaube, ich habe das ganz gut weggesteckt. Wie vieles im Leben, so ist auch das mit der Schärfe eine Sache, die kannst du dir antrainieren einfach. Schärfe ist gesund. Ja, es sei mal dahingesagt, es ist nicht einfach nur der Wille, sich irgendwie zu beweisen. Schärfe ist auch gut. Das ist gut für den Körper. Der Körper weiß nur normalerweise nicht, wie er damit umgehen kann. Also Schärfe ist im Prinzip einfach nur, dass der Körper sich selbst vorgaukelt, dass was brennt. Obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Das passiert halt durch dieses Capsaicin, was da drin ist. Also das Zeug, was quasi die Schärfe da macht. Aber tatsächlich ist Schärfe eigentlich sehr gesund. Vor allem was Verdauung auch anbelangt. Und dementsprechend gibt es da auch Länder, wo die halt wirklich sehr gerne scharf essen. Das gehört auch einfach dazu. In Deutschland ist das halt eher das Gegenteil. In Deutschland ist immer so, wenn du da eine Paprika reinschnüppelst in dein Essen, dann bist du schon... Oh mein Gott, Alter, das ist ja viel zu scharf, ey. Die Schärfe... Wie lang war es jetzt scharf? Keine Ahnung, fünf Minuten? Maximal zehn Minuten vielleicht? Wo ich so ein bisschen rumgekämpft habe? Also im Prinzip gar nicht mal so lange, was das Brennen im Mund anbelangt. Das war wirklich nicht so wild. Also da hatte ich schon Erfahrungen, die waren sehr nah an dem, was ich gerade mitgemacht habe. Das Interessante ist jetzt aber natürlich, was im Magen passiert. Weil das Gewürz, was da drauf war auf dem Tortilla Chip, wie gesagt, die zwei schärfsten Chilis der Welt. Und die haben nicht gespart. Ich habe es euch gezeigt, wie es auf dem Chip aussieht. Der war wirklich komplett... Der war komplett zu mit dem Gewürz. Also das war schon crazy. Ich habe nicht erwartet, dass da so viel drauf ist. Aber ja gut, war er sein Geld wert auf jeden Fall. Zur Sicherheit nochmal, Leute. Ja, zur Sicherheit nochmal. Wie gesagt, ich bin halt jemand, der sehr viel Erfahrung hat mit Schafessen. Also bitte nicht mich als Beispiel nehmen und sagen, ja okay, scheint ja gar nicht so wild zu sein. Also nicht unbedingt, nicht unbedingt nachmachen. Auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht so wild aussieht. Ja, aber es ist krass. Also im ersten Moment ist es ganz interessant. Du machst den Chip in deinen Mund, ja. Und ich hoffe, ihr habt gesehen, dass ich relativ viel gekaut habe. Weil ich wirklich auch... Ich wollte auch wissen, wie es schmeckt, ja. Ähm. Der Geschmack war super. Ja, aber natürlich, du kaust dann so ein bisschen und, ähm, nachdem du das dann zerkleinert hast und das sich natürlich dann ein bisschen mit deinem Speichel gemischt hat und das dann quasi im ganzen Mund rumgetragen wird, merkst du dann irgendwann, oh scheiße. Jetzt kommt die Schärfe und dann, dann brennt es richtig. Aber ja, ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, ui, okay, jetzt. Also wenn ich jetzt nicht gleich irgendwas, äh, nachspüle um ein bisschen die, die Hitze quasi zu senken, dann, puh, dann raste ich gleich aus hier. Äh, aber es ging ganz gut. Also ich bin, ich bin zufrieden mit mir. Ja, äh, interessanterweise, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich auch sehr, ähm, dass mir sehr warm wird. Weil ganz viele Leute fangen bei sowas halt an zu schwitzen und werden so richtig, also laufen richtig rot an und so. Äh, das Gefühl hatte ich witzigerweise gar nicht. Bei mir war es jetzt wirklich nur so, ähm, dass es dann irgendwann angefangen hat, natürlich dann zu tränen. Also ihr habt die Tränen bestimmt gesehen. Ähm. Ähm, dass da halt echt so, so krass Tränenflüssigkeit produziert wurde. Und in der Nase war halt auch ein bisschen, äh, Wasser einfach. Aber geschwitzt habe ich witzigerweise gar nicht. Das Gefühl, was ich gerade so ein bisschen im Magen habe, ist wie, ähm, kennt ihr das? Wenn ihr nach dem Essen, so nach dem Restaurantbesuch oder so, wenn ihr da nochmal so, so einen kleinen Schnaps bekommt zum Nachspülen. Und dann merkt man, dass das im Magen ist dann irgendwas so ein bisschen am Broden, so ein bisschen was Warmes. So ähnlich ist das Gefühl gerade. Ah ja. Schärfe ist toll. So langsam fühle ich mich fast ein bisschen high. Zuerst leckerer Geschmack, dann extreme Schärfe, richtig krasses Burnen in meinem Mund. Dann der Kampf, der tränenreiche Kampf gegen die Schärfe. Und dann die, die, die Erleichterung, als man plötzlich merkt, okay, jetzt ist die Schärfe, jetzt ist es vorbei. Jetzt kannst du dich beruhigen. Und dann merkst du halt dieses, dieses warm, wohltuende Gefühl im Bauch. Und jetzt bin ich gerade voll tiefenentspannt. Ne, aber momentan, mir geht's echt gut. Also keine Sorge, keine Sorge. Ich spiele das auch nicht. Also ich fühle mich super. Ich fühle mich nicht, als hätte ich irgendwelche Probleme. Und ich bin einfach nur super froh, dass ich die Challenge geschafft habe. Vor allem noch relativ gut anscheinend. Und ja, darauf bin ich stolz. Also dann, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war interessant. Wir sehen uns beim nächsten Zelda. Beim nächsten Stream. Bei der nächsten Hotchip-Challenge. Ich weiß es nicht. Aber vielen Dank für alles. für den Support, für die Donos. Wir sehen uns Montag, ihr Lieben. Habt ein gutes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020